vielleicht so richtig durchvögeln könnte. Das ist aber eine schöne Idee. Da wird sich meine Mama aber freuen. Mama! Was? Kommst du mal? Ich habe nur beim Umzug geholfen. Ach so! Verstehe. Mama! Guten Tag! Ich bin Ihr Nachbar und möchte Sie herzlich in unserem Haus begrüßen und im Rahmen gutnachbarschaftlicher Beziehungen nachfragen, ob ich Ihnen vielleicht Brot und Salz überreichen dürfte.